ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen format bei mir ich kann euch noch nicht sagen wie häufig dass ich das ganze bringen werde aber ja es kommt natürlich ganz auch darauf an wie häufig mir etwas dafür auffällt was ich dafür anbieten würde und in diesem format möchte ich euch einige skurrile oder witzige texte in video spielen zeigen das können fehl übersetzungen sein was jetzt in diesem ersten häufig der fall ist es können ja es können witzige texte sein alles mögliche und ihr könnt wenn ihr wollt auch gerne für weitere videos dann texte vorschlagen und dann kann ich das ein bisschen sammeln und in den form bringen aber allerdings würde ich euch dann dafür bitten falls ihr da was habt wenn möglich noch ja zugehörige spiele als video datei oder so mit einzureichen damit ich das dann auch eine videoform bringen kann weil ich natürlich nicht jedes spiel selber besitze ne falls ihr wisst dass ich selber besitze dann könnt ihr das gerne auch einfach so einreichen also wenn ich da zum beispiel schon ein let's play dazu gemacht habe aber ansonsten würde ich euch halt wirklich bitten gerne die video ein video dazu mit zu schicken das wäre wirklich super und ja dann würde ich sagen war das ist genug vorgeblänkelt und wir legen endlich mal los und ich wünsche euch dabei viel spaß ja benev steel sky ist ein point and click adventure klassiker dem und meiner meinung nach kennen sollte allerdings gibt es auch in diesem point and click adventure klassiker ach gottchen so manche textboxen die nicht so ganz glücklich übersetzt wurden und eine davon werdet ihr gleich zu sehen bekommen nachdem dieser schöne wächter hier hochgekommen ist und uns verfolgt hat so ziemlich ja eigentlich ganz am anfang des spiel ist was hier abgeht und ja deswegen habe ich mir gedacht kommen kann man da mal das ganze mal hier ein bisschen so machen ja runter bis zum bis zur bodenebene das stimmt wohl so und dadurch ist er nämlich verschwunden und ich kann euch endlich die textbox zeigen die ich meinte also ihr habt gesehen im großen und ganzen stimmt die übersetzung ja aber wenn ich jetzt hier runter geht das hätte ich vorher nicht gekonnt weil er mich sonst erschossen hatte deswegen musste ich das ganze mal schnell machen wenn ich jetzt nämlich hier runter gehe und mir dann diese aufzugplattform da hinten anguckt diese platte hier dann sagt er im englischen das vollkommene gegenteil von dem was auf deutsch dran steht passt mal auf okay moment das war das falsche ich muss es benutzen es sieht nicht so aus auf gut deutsch aber im deutsch steht so dran dass es so aussehen würde es sieht nicht so aussehen würde als ich dieses spiel damals als kleiner stöpsel zuerst zum ersten mal gespielt habe habe ich mich gewundert ja wenn es dein gewicht trägt wieso gehst du da noch drauf damals konnte ich noch kein englisch ne also eine ziemlich blöde unsinnige übersetzung leider gottes auch wenn das spiel total genial ist ja widmen wir uns doch einmal archage ja dass viele wahrscheinlich kennen werden dieses spiel archage ist wie ihr schon sehen könnt ein klassisches online rollen spiel also ein mmorpg wie es so schön genannt wird das auch farming elemente und bietet anders als viele anderen und in einigen boss kämpfen aber auch eine gewisse strategie in diesem jetzt nicht unbedingt aber das ist ja auch egal darum sollte es gar nicht gehen sondern um textübersetzungen so was was genau will ich da jetzt zeigen und zwar gibt es ja wie gesagt verschiedene waffen und da gibt es auch verschiedene bürgen die man herstellen kann hier nicht auf handel auf zimmern wollte ich zum beispiel auch diese schönen obsidian bürgen da sehen wir schon bogen aus obsidian ich kann den dann weiter bauen hier wohl handwerks kunst zum bogen aus dominösen obsidian und die sind dann wiederum zu bogen aus verfluchten obsidian und danach teilt sich das ganze eben auf in zwei verschiedene bürgen so was ist jetzt das komische daran ja ich will es euch gleich zeigen und zwar ist einer der beiden bürgen in die es sich aufteilt nennt sich flüchtling so jetzt hat man vielleicht gerade auch schon was gesehen ist ja wurscht auf jeden fall flüchtlinger ein seltsamer name für einen bogen aber na gut dann dann heißt er halt so ist ja auch egal wie der heißt ne also hier flüchtling so was ich als aber ein bisschen komisch und seltsam finde und ich das weiß ich nicht soll das jetzt eine aussage sein oder was wenn ich diesen flüchtling jetzt hier weiter baue zu hohen in der hohen handwerkskunst dann wird da auf einmal zack ein gesetzloser draus der flüchtling den bei euch zum gesetzlosen was soll das bitte heißen soll uns das jetzt sagen dass flüchtlinge gesetzlose sind oder was ich weiß nicht was ich von dieser aussage halten soll falls es das sein soll aber das ist ja das ist ja noch nicht alles wisst ihr es geht ja noch besser wenn ich den flüchtling dann weil er den gesetzlosen dann weiter baue dann wird aus dem gesetzlosen plötzlich ein banditenkönig also quasi der der blünderer der blünderer sozusagen der dieb der diebe weiß ich nicht was ich von halten soll ich finde ich finde es schon gewagt so ein so die bürgen zu benennen also ich muss schon sagen ich finde es wirklich gewagt das so zu machen also es kann auch mal ganz schnell falsch aufgefasst werden es war trio und was solltet ihr vielleicht noch mal überdenken und vielleicht ja in zukunft dann nicht mehr solche namen wählen wenn ihr wenn ihr was übersetzt aber na gut ja hierüber bin ich auch nur per zufall gestoßen und zwar habe ich ja neulich also wer mich auf twitter folgt der hat das sicherlich gelesen mal mit einem kumpel magic gespielt und dann mit teilweise halt karten auf denen dann zum beispiel nur so was drauf stand wie lebensverknüpfung aber nicht weiter erklärt was das ist eigentlich ist und deswegen habe ich im internet mal geguckt ob es da irgendwo eine gescheite liste gibt listen gibt es hin und wieder aber die sind alle irgendwie nicht so das gelbe vom ei wie ich finde und dann habe ich mal geguckt hier auf steam und da gibt es dieses free to play magic duels was da auch tatsächlich gute erklärungen zu liefert und dann werde ich das halt selber meine ordentliche liste knüppeln und damit dann aber tatsächlich auch mal die ein oder andere story kampagne kampagne nicht ganz aber mission gespielt und bei der amokab kampagne in der zweiten mission haben wir dann so prüfung des wissens heißt der gegner habt ihr gesehen und jetzt ist die aufgabe kevnitz erste prüfung zwei herausforderungen gilt es zu meistern wenn du voranschreiten willst für die erste musst du in diesem zug die swings besiegen so das gucke ich mir also an der heißt ja prüfung des wissens ne steht hier ja prüfung des wissens zack und dann schauen wir mal meine karten und seine karten also an und dann haben wir hier ähm ja kreatur swings so jetzt denke ich natürlich ich muss dieses vier hier besiegen ist aber nicht der fall nein ich muss ihn hier besiegen ich muss ihm hier in diesem zug zehn schadenspunkte rein knüppeln so jetzt muss ich mal gucken wie waren das gerade enttäppe eine andere bleibende karte deiner wahl ne das war es glaube ich nicht oder war das das warte mal ich muss ich muss gerade nur mal kurz gucken wie das war ähm x kreaturen deiner wahl können nicht geblockt werden doch ich glaube ich weiß wieder ich musste glaube einmal das hier machen auf ihn hier damit dieser gelbe schimmer hier weg geht genau dann musste ich glaube ich einmal hier das auf ihn hier machen zack und jetzt kann ich hier äh die hier spielen für zwei die nicht geblockt werden können müsste eigentlich schon reichen ne müsste eigentlich schon reichen und zwar der hier und der hier zack ähm mana ist jetzt egal und dann greift man mit denen an und dann werdet ihr gleich sehen dass es als bestanden gilt obwohl ich nicht die swings sondern ihn besiegt hab und äh da musste ich tatsächlich auch im internet ne für nachgucken wie man das macht weil ich die ganze zeit versucht habe das blöde ding hier zu besuchen äh besiegen aber der hat immer mit den anderen beiden zuerst geblockt und äh mit dem dann im zweifelsfall auf äh äh den schwachen hier den äh der ihn hier nicht besiegt und ach das war das war alles mumpitz das war alles mumpitz nein man muss den gegner besiegen das ist halt ein bisschen also sorry wenn wenn nicht gescheit übersasst werden kann dann lass doch bitte bleiben da hab ich noch ein anderes beispiel für das ich äh auch noch mit ins video bringen will ja rätsel gelöst geil obwohl ich was anderes gemacht hat als aufgabe war noch mehr archage diesmal aber etwas anders also archage kann auch anders was texte angeht und zwar lustige texte wie zum beispiel hier bei diesem netten karottenflügel hier ein magischer unfall hat diesen karottenblitz mit einem satz stummeliger flügel versehen auch wenn das arme ding damit etwas seltsam aussieht steht seine geschwindigkeit außer frage und die kurzen flugspurte können sich für einen fähigen reiter als nützlich erweisen ich werde ihn euch gleich zeigen wie der auch wirklich aussieht ich finde es aber so herrlich wie da drin steht auch wenn er damit etwas seltsam aussieht sehr schöne beschreibung feiere ich total so damit ihr jetzt auch wisst von was für einem vieh da die rede war werde ich es mal kurz beschwören ich ziehe mir auch mal schnell die rüstung aus damit man das ganze hier besser sieht so das ist er und ja bei mir heißt er stil echt clowny das gute für ihr hier schaut ihn euch an ist das nicht ein prachtexemplar ein prachtexemplar von einem esel der sogar fliegen kann passt mal auf Moment äh hier war es dann set oder was er bräuchte die ui wieder damit es geht ne achso ne ja klar äh im frieden geht es natürlich schlecht aber schaut ihn euch an wie er so schön rumblödelt blö blö und auch wenn ich jetzt auf gehen gehe hm hm ja hm ja hm blö blö so aber wenn ich jetzt mit ihm fliege der kann das gar nicht fassen und will wieder runter ich will wieder boden unter den Füßen ach ich find das viel einfach klasse ja einmal mehr benäfis die sky und diesmal nicht nur eine einfache verneinung der textbox sondern leider eine ganz ganz seltsame textbox wenn ich irgendetwas eine person andrehen will die das nicht haben will dann äh Hier, ein Präsent. Definitiv nicht. Was ist da los? Ja, Minecraft Story Mode, ein sehr hektisches Spiel, was die Entscheidungen angeht und ein Spiel mit einer sehr bescheuerten deutschen Übersetzung, wie ihr jetzt auch gleich sehen werdet, weil sie nämlich unter anderem nicht auf das Geschlecht eingeht, das man für seinen Charakter ausgewählt hat und teilweise auch gar nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Teilweise bleibt man dann trotzdem, sieht man noch die englischen Textboxen, was sehr seltsam ist, aber jetzt guckt euch erstmal das hier an. Ich bin ihre Partnerin. Ja. Ich bin total eine Sieb. Nicht ihre Partnerin. Sie wird hier, aber wir können ohne sie beginnen. Hast du den Skull? Äh, also... Du machst oder du machst, du bist besser nicht mit mir. Petra hat es. Sie wird wieder in einem Moment. Na gut, als sie es bringt. Ich glaube, es würde mich nicht mehr töten, um einen Moment zu warten. Äh, also... Meine Freundin ist okay, okay. Alles klar. Ja, kommen wir zu einem anderen Spiel. Äh, allem voran mal... Ja, wusstet ihr eigentlich, dass Deutsch scheinbar das neue Englisch ist? Also, ich wusste es nicht, aber... Ja, dieses Spiel ist eines, wo die Spracheinstellung von, äh, Steam total seltsam ist. Äh, ich habe das Spiel nämlich anscheinend auf Englisch gestellt, aber Steam selber hat anscheinbar erkannt, dass ich Deutsch in Steam eingestellt habe und mir deswegen Deutsch, äh, vorgeschlagen. Und wenn ich rechtsklicke auf das Spiel in der Steam Bibliothek mache, Eigenschaften, da gibt es ja dann den Sprachreiter. Bei manchen Spielen habe ich ansonsten eben außer Englisch nur Japanisch zur Auswahl, was ich recht seltsam finde. Wahrscheinlich würde dann auch trotzdem Deutsch kommen, wenn ich Japanisch einstelle, ich verstehe es doch nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht ausgetestet. Auf jeden Fall wollte ich dieses Spiel nämlich eigentlich auch mal dann auf Englisch spielen, da müsste ich aber wahrscheinlich mein ganzes Team umändern, was ich dann auch nicht wollte. Wegen manchen bescheuerten Übersetzungen, so wie dieser hier, die ich euch jetzt erzeigen möchte. Und zwar gibt es hier eben die dritte Mission, Captain Black, das super, und es gibt hier so optionale Ereignisse, die man machen kann, Schatzereignisse, eben nennen die sich. Sieh nach, wie du Ereignisse freischaltest, so, schaltest. So, und dann steht hier drin, bekämpfe um mit Lysop, so. Jetzt würde man natürlich denken, okay, entweder ich muss selber Lysop auswählen, dann im freien Lok später, wo ich jeden Charakter nehmen kann, den ich will. Oder ich muss hier, wenn ich Armee für Infos gucke, hier gucken, dass ich mit Lysop gemeinsam in der Nähe von um bin und den bekämpfe. Aber das ist nicht die Sache, weil nicht das, was man machen soll. Ihr werdet nicht glauben, was man machen soll. Das habe ich dann nämlich dann selber auch nur über YouTube-Videos herausgefunden, weil die Übersetzung hast du da vollkommen vergessen. Später erscheint da in der Mitte, das kann ich euch jetzt halt nicht gescheit zeigen, weil, habe ich da eine Mauszeuge? Ne, habe ich nicht. Bei der Karte seht ihr ja ganz in der Mitte dieses, äh, diese beiden Quadrate. Und später erscheint, ich glaube im oberen, dieser Um, dieser Fragezeichen. Und den soll man dann sich schnappen und zu diesem Lysop da unten, der da gerade rum blinkt, hinlocken. Ja. Also du, du musst wirklich dir gucken, dass der auf dich fixiert ist, seinen Angriffen ausweichen und mit ihm dann spazieren gehen, so dass er Lysop erreicht da unten. Was ist das denn bitte für eine bescheuerte Übersetzung? Da würde man nie, 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 nie drauf kommen, dass das gemeint ist in der deutschen Übersetzung. Nie. Ah, Gottchen. Ja, gut. Das, äh, war's dann auch erstmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Und ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Idee so findet. Und falls ihr Vorschläge habt für weitere Videos pipapo, dann auch gerne damit in die Kommentare. Und ja, ein Däumchen wäre auch ein Träumchen. Und ansonsten würde ich sagen, macht's noch gut. Ciao, ciao.